Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Firma Berufsbekleidung Leißing in Lippenbüren. Ihr Fachmann für Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und textile Veredelung. Berufsbekleidung Leißing, Gutenbergstraße 8 in Lippenbüren. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jaaa, auf den Platz! Aufschluss! Aufschluss! Die V-Matter-Front fest. Ja, echt? Ich vermisse die V-Matter-Front fest. Ja, ich vermisse die V-Matter-Front fest! Ja, ja, ja! Bravo! Bravo! Und jetzt kommt der Anstiegsplanung. Schieß! Der ist komplett alleine, Digga, wohnt man sich nicht mehr. Schieß, Bagger! Einen Tritt hast du schon Ball, Alter. Stich! Reifen! Anni! 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 Zitul! Ja, ist es so. Das war's! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Der Tor, der kann nicht aufpassen. Nein, das kann man auch nicht. Schieße dich! Schieße! 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 Woolner, Meyer. Ga ι, Pulner! Hal知, helst du Tag? Diese Reihe! How are you歌? Ja! Sticks, sticks, kommt! Ja! Sticks, Sticks, kommt! Ja! 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 Oh! Ja! Ja! Sieh, nicht! Sieh, nicht! Oh! Ja! Oh! Sieh, nicht! Sieh, nicht! Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht mehr so gut machen. Oh, geil, das ist ja so gut. Oh, das ist ja so gut. Ja! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Komm! Oh! 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 Macht ein großer Unterschied, aber... Das hat ja nichts gemacht. Ja, verehrte Sportfreunde. Verdienter Applaus in einem abwechslungsreichen Spiel. Verdient der Sieger die ISV mit. 4 zu 2 schlägt sie Tegelkatt Keklenburg. Und dann habe ich noch einige Endergebnisse aus der Bezirksliga. Lackenbeck.